Hallo und herzlich willkommen, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, Abend oder wie auch immer zu dem dritten Part unseres, oder meines, unseres, keine Ahnung, Let's Plays Terraria. Ich habe jetzt hier schon im Offline-Screen mal so, also im Offline einfach mal so ein bisschen hier die Treppe oder mehr oder weniger Aufgang gebaut. Und in den nächsten Folgen werde ich auch offline einfach mal einen Hasen töten. Nein, ich schalte mir nicht mehr aus. Ja, nochmal. Wenn ich jetzt einfach mal dieses Ding einfach abreißen, also dieses komplette Teil von da bis da plus diese Wand einfach wegreißen und eine gerade Fläche hinmachen. Dass es dann hiermit übereinstimmt, dass ich dann da, dafür muss ich aber nochmal irgendwie Steine ranholen und das werde ich auch noch machen und ich könnte ja vielleicht auch irgendwann mal mein Haus weiterbauen, damit hier noch ein paar mehr einziehen, aber ich bräuchte nochmal, ja, ich würde mal einfach sagen, wir gehen jetzt mal erkunden, jetzt einfach mal hier in eine Richtung, Richtung, Richtungsweise, nein, Spaß. Nein, wir sind ja jetzt hier politisch unkorrekt, ne? Also, schon alles korrekt, scheiße, ich habe ja jetzt den Timer zu starten. Verdammt, wie organisiert ich mal wieder bin. Ja, also wer, wer, oh, epic, mega, ultra, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck, hö. Oh, mach ich Witze. Ich mach so dumme Witze, ne? Das glaubt mir im Ende kein Mensch. Oh, ich glaube, ich muss unbedingt an den Einstellungen von Terraria wieder irgendwas ändern, weil das leckt total derbe und also ich hole mir dann auch wieder jetzt, also bald Unterstützung von, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hatte schon gerade noch die Idee irgendwie mit einer, oh, das, oh, boah, Sie, oh mein Gott, mit zwei Leben, mit zwei Leben, habe ich das jetzt, oh mein Gott, Hilfe, ich habe das mit zwei, oh, habe ich ein Glück, Alter, ich habe das mit zwei, oh, ich kann, oh, leck mich am Arsch, leck mich am, leck mich am, petale, đau, leck mich am Arsch, 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 leck mich am Arsch. Ah, ja, und das Ganze ist jetzt hier auf dem neuen Kanal, wer sich den Kanal ansehen möchte, der muss einfach bei YouTube auch Case Prime eingeben, nur ist es ein anderes Hintergrund, das ist es ein anderes computern. das ist dann ja so ein komischer Typ zum so so Anime Style der Heizung so ein komisches Schwertfinger hat das ist kann ich auch glaube ich ja das ist zeige ich immer noch mal und ist Samstag habe ich schon was geplant da nehme ich mit einem mit einem guten Freund von mir auf wir spielen der Pixel zusammen also was hier schon oft schon auf dem alten Kanal hochgeladen das war ja ziemlich die Tonqualität war ziemlich sehr sehr miserabel und Euro die Okina sehr 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 miserabel weil wir haben das irgendwie so gemacht das habe ich glaube schon ein wenig wie wir das gemacht haben das ist zwar das war so wir haben werden ja Gamepads und also kein keiner war der Tastatur sondern nur zu unig zu Gamepads und dann habe ich so gemacht dass einer das Mikrofon lag halt mehr oder weniger vor uns also von meinem Headset aus das lag dann irgendwie so verkrüppelt irgendwo im Weg rum und dann ja war der Ingame Sound der war aber so der bis hochgedreht habe ich überhaupt nicht Aua habe ich überhaupt das ist das habe ich überhaupt nicht bekommen oder irgendwie mitgekriegt dass der Ingame Sound wirklich so extrem laut ist ich habe mir das nichts großartig bei gedacht ja und dann war der Soundteil ein bisschen übersteuert und ein bisschen sehr aber diese ganzen Schleime Entschuldige dann ja habe ich mir nichts dabei gedacht und dann habe ich gedacht ja dann lädt es mal hoch zuerst das Video und da ich jetzt jetzt aufnehmen kann neue PC ach meine Nase ja habe ich mir dann einfach gedacht lädt so hoch ja weil das Sound so das ist ich habe Hattenschwer aber ich entschuldige mich für die Graf also nicht für die Grafik ich entschuldige mich nicht für die Grafik wir für Grafik könnte ich mich auch entschuldigen weil es ist ja nicht gerade so hd glaube ich einfach mal ich weiß nicht ob es für hd ist oder nicht das ist mir eigentlich relativ egal weil ich ja okay nicht egal ist es nicht wer schon dass ihr was zu sehen habt und ich werde sterben ich werde sowas von krepieren ich werde sowas von sterben ich werde sowas von ich muss das ich muss ich hätte ich verloren ich habe ich dabei nein das ist nicht egal jetzt bin ich auf jeden Fall getötet worden fahrt es soll ich das jetzt so machen ich muss es so werden kann zum spiel sind ich hoffe das hat sich jetzt nicht großartig was für euch verändert das ist nicht viel stets ist für eine ich bin noch mal gestern Prozent was ich jetzt machen ja um und mein nächstes Ziel in Terraria hier wird sein mehr eine Lettuce also eine Bühne Bühne Prozent ein mit Kaktusrüstung zu machen und dazu das passen schwer also heißt es wird einfach daher gehen die heute Abend nicht mehr als schon spät sind eigentlich ja schon schlafen gehen weil morgen komme ich dann nicht aus dem Bett raus Prozent ja ja das kommt wirklich und das wird raus aber es ist ist so ist so egal ich habe sowieso morgen nichts großartiges nichts spannendes in Erwägung geplant gezogen hat getrunken macht gewollt die Kürtel um hatte ich das ist eben das haben wir mit Samstag Samstag habe ich es erwähnt ich hoffe ich habe es erwähnt wenn er sei es noch mal am Samstag kommt der der Pixel noch mal auf meinem Kanal vielleicht so eine Stunde das ist ja auf dem Kanal auf meinem das wird jetzt einfach so mein Hauptkanal so ja was ich jetzt machen hier aus dem Lauf nur hohen und runter oder wie das ist das macht jetzt die ganze Zeit 15 Minuten lang ich glaube es ist ein Haus hohen oder sie nachverweist er hat so wie mit so ein er kommt aber nicht rein eine Fessel und zwar hastig also heißt das er führt dann was bewegen und so am 3% ich weiß nicht was sagen schneller und es wird schlafen um mehr was mache ich es ist es was mache ich es ist es schiesse Lagerfeuer noch wenn das mal ordentlich scrollen würde Dankeschön war ist ja jetzt ist schön und gut aber das lebt das sind die Grafikentscheidung wie es sind runter und so ein bisschen und sein Grünsauge die 51 8 na nein du gehst hier nicht rein kein Zutritt so ist es kämpfen ins Auge wie so ein Tennisball die die Gäste wie so ein Tennisball ja das war getroffen mir fehlt ein Sternschnuppe ich will die Sternschnuppe ich will jetzt meinen Mannerstern haben ich will nicht meinen Mannerstern haben ne stirbt hier hat die Linse kann ich das Auge vom Gasol besiegen aber nicht jetzt irgendwann mal es lebt okay ich mich stehe ich stehe 100 Prozent die Einstellung später wieder so runter das ist das geht gar nicht das ist übertrieben ich weiß auf jeden Fall was ich jetzt falsch mache und ich weiß auch was ich richtig mache nämlich alles was ich falsch mache nein alles was ich richtig machen sollte mache ich falsch das ging doch vielversprechend okay am besten ja ich weiß nicht was ich jetzt machen soll es ist Nacht ich hab keinen Bock wieder zu krepieren oder sollte ich sollte ich sollte ich ja komm scheiß drauf geh einfach auch wenn ich 100 Prozent weiß dass ich sterben werde das ist sehr dunkel ist in Terraria und dass ich Angst im Dunkel nach ist aber scheint jedem egal sogar den Zombies nein du sollst sich untertauchen du sollst mir dein Zeug geben so ein bisschen ein Schild unser Oh mein Gott Oh mein Gott mein Gott Nein ich mach das jetzt doch nicht nicht hier nicht an diesem Ort so jetzt hab ich 6 Oh mein Gott nein Skulls noch da und du nützt den so 40 mal Bb Bb jetzt bin ich der größte Zauber aller Zeit jetzt gehen nach Hogwarts und dann mache ich Harry Potter fertig äh äh oh das ist krank das hört sich schlimm an oh Gott es leckt schlimm da kommt ein Auge mit einer schwarzen Linse dass ich eben schon voll Flange vorher gesehen habe jetzt hat es einmal richtig hart geleckt richtig hart das sollte so als eigentlich weniger also so meine Vermutung aber ich kenne meine ich kenne mein Glück mit Technik ich will mir nur ein Fernseher was es geht nicht ich will mir nur das Computerspiel was es geht nicht ich will mir das und das neue geht nicht alles mit Technik alles mit Technik alles funktioniert nie so wie ich es haben will das ist jetzt das allererste mal das funktioniert wie ich es haben möchte meine persönlichen Bedürfnisse werden echt nie gestillt so wie lange machen wir den Patent übernommen es dauert zu lang ich müsste zu erinnern sollte eigentlich jetzt werden wir machen wir haben sich besser dann töten wir das Auge und langweiliger hat euch nicht kommen jetzt nichts bei Nacht das scheiß ich werde so auf jeden Fall ich war zum lieben und dann machen zu mir fertig und dann bin ich auch sagen das war es wieder für ein paar Jahre viel zu sagen habe ich jetzt nicht mehr das ist zwar sowieso nicht weil ich komme sowieso großartig jetzt noch gar nicht weiter ich würde es gern weiter ja jetzt geht es schlecht wenn ich dann mal wirklich mehr Zeit habe ich dann wirklich drei vier fünf mal ein Stück auf und irgendwo dann würde ich sagen das war's Kiebel die Zoll ist hier unten der Schwer ist echt geil gehen wir zurück zu unserem Haus und beenden dann auch da wo wir angefangen haben die Aufnahme wie ordentliche Menschen das nun mal tätigen tun hoffe ich mal he ich bin kaputt okay wie komme ich jetzt am besten hoch Skills noch mehr Skills dafür muss man Skills haben A1 und nicht von einem Auge treffen lassen nicht von drei vier Augen ja geil ja dann machen wir das auch noch dann kämpfen wir jetzt gegen vier Augen mit einem Speer der irgendwie Minus Schaden macht aber scheißegal und ich gleich tot bin stirb, 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 stirb doch alle, seid doch alle, seid doch alle Benz okay jetzt habe ich, das hab ich jetzt immer zurückgeschleudert Aua a, ich bin gleich tot ja komm nächste 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 komm , komm, 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 komm er ist er ich habe doch gerade eben vor allem dass ich will nicht wieder sterben liegt nicht nur naja egal aber es ist was gab auf jeden Fall es ist dunkel ich sollte ich als Bauteil ausleuchten sind jedes Mal gerade gestürzt sich mit Sorge ich bin er soll ich gestorben daher ist es kaputt es ist es ist ja nichts passiert so dann würde ich einfach mal sagen ich bin die Aufnahme hier ich gleich mal eben gucken ob das war aufgenommen hat er hat es aber auch wenn man jetzt stoppen dann würde ich sagen das war's man sieht sich lassen war es da und leichter und keine Ahnung was vergessen ich kann also dann man sieht sich dann ja tschüss